Manche Zollferien nach diesem Auto werden uns ein bisschen interessiert. Im Inneren gibt es einen ganz designer Spoiler, eine mittlere Auskunft und eine effektive Bekümmel an seiner Funktion. Zwei Chassis, Köp und Sport, sportlich im Alltag und auch die Rennstrecke. Stoßdämpfer mit dem historischen Anschlag auch neu, um mehr Stabilität zu kriegen. Und ganz neu und interessantem Segment ist das neue Vorgangschol. Stoßdämpfer, das heißt, dass die Liebtewälder auch mittleren sind. Unter Sechzigkeiten fahren, in die Gegenrichtung, in die gleiche Richtung, dass die Vorgangschol. Über Sechzigkeiten fahren, mehr Krippen zu haben, im Hochgeschwindigkeit. Der Motor, 1880 PS von 93 Nm und eine 300 PS-Faktion mit 400 Nm. Getriebe und zwei verschiedene Getriebe. Eine EDC-Kochtenkochung von 6 Gägen und ebenfalls von 6 Gägen eine Hasch. Wenn man von den Neuigkeiten spricht, es gibt auch eine neue Vorgang vom MSI Monitor. Man kann auch Videos mitmachen und die ganzen Daten auf der Gägenstrecke analysieren. Das Ganze ist bei meinem Kollegen dahinten, in diesem Demonstrator zu schauen. Ich werde euch zeigen, wie der DFS Monitor funktioniert. Und da ist auch die Gelegenheit, sich im Interieur zu setzen und schauen, wie das alles aussieht. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf dem Renault's Plan. Ich wünsche euch noch mal noch mal die Frage. Wir sehen uns auch noch ein paar glorious- Angels-Phail. Wir sehen uns noch mal die Frage. Wir sehen uns noch einen sehr übernemenen Teil von der Gägen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020